Willkommen zurück meine lieben Freunde zu Clash of Clans. Eine weitere Runde. Ja, eine weitere Runde. Boogie ist auf 3, das wäre sehr nett. Dann das hier und das hier sowie das hier. Und dann können wir mal hier gucken was wir machen können. Stoßfalle auf Level 2. So, M4 Minenwerfer. Und wir machen schön hier ordentlich kaputt. Ja, umso mehr Einheiten man natürlich in Clash of Clans hat, umso besser ist es natürlich. Ja, deswegen sollte man halt auch immer schön drauf achten, dass man genug Truppen dabei hat. So, Sieg. 3 weitere Schülmesternchen. So, und. Ich nehm gerne das Riesen dazu. Ganz aber. Brauchen wir jetzt momentan noch nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Ja, ja. Da.